Was ich euch erzähle, ist sicherlich wahr. Von Erfindung nicht eine Facette. Die Personen sind echt, ich kenne sie ja, sie leben an jedweder Städte. Ein Paar und die Tochter zählt bald 15 Jahre, ein Ereignis für große Toilette. Der Ort und das Datum sind austauschbar, doch wir sind in bescheidener Hütte. Johann vom Kreuz Leg die Zeitung weg und schüttel nicht den Kopf, mein lieber Mann, denn jetzt gibt es keine Siesta, heute ist mal Reden dran. 15 Jahre alt wird Florita in des nächsten Monats Mitte. Und das feiern wir gebührend, wie's bei großen Leuten sitte. Ist kein Zaster in der Kasse, mußt du dir halt welchen borgen. Und zur Not gehen wir zum Pfandhaus, für den Rest muss Gott dann sorgen. Für die Kinder sich zu opfern, das ist Elternpflicht für jeden. Laut Gesetz aus Adams Zeiten, das schon galt in Garten Eden. Mit dem Haus wird gleich begonnen. Wir wollen's richtig aufpolieren. Alle Wände einmal streichen, einmal gründlich renovieren. Denn die Gäste schauen auf alles und zerreißen sich das Maul. Ja, so mancher redet emsig, der ansonsten ganz schön faul. Ob die Wohnung schön geschmückt ist, ob der Tisch reich dekoriert, ob das Kleid gebührenschick ist, ob das Kind sich distingiert, ob genügend die Getränke, ob man gut sich amüsiert. Auch die Menge der Geschenke kommentiert man ungeniert. Also gilt es zu verhindern, daß von uns sie Schlechtes sprechen. Wer's doch tut, soll vom Geläster sich die Kieferknochen brechen. Und dann sollen noch zur Strafe alle die, die hemmen, stratschen, sich mit Eifer gegenseitig auf die spitze Zunge latschen. Jetzt kommen wir aufs Renovieren, da wär doch David ideal. Für uns wär die Sache viel billiger, Wir stellten ihm das Material, mittags und abends Verpflegung, Wonach ihm der Sinn sonst so steht. Da hat er das Haus schon gestrichen, noch ehe der Hahn dreimal kräht. Und reden wir über Garderobe, die dürfen wir auch nicht vergessen. Ein prächtiges Kleid aus Batiststoff, dem Anlass ganz angemessen, Das Dekolleté tief ausgeschnitten, doch den Rock mit vielen Volans. Die Brüste lassen sich sehen, doch den Beinen fehlt's an Substanz. Und dann brauchen wir weiße Lilien, die Tafel festlich zu schmücken. Gladiolen werden viel zu teuer, obwohl die genauso entzücken. Mit Blattwerk, Farnen und Palmen werden die Zierde wir steigern. Domitilia wird uns was leihen, das kann sie mir gar nicht verweigern. Denn als es ihr damals so schlecht ging, sie Wochen im Krankenhaus lag, War ich die Einzige, die hinging und hab sie besucht jeden Tag. Mir hat sie es ja zu verdanken, daß damals sie konnt sich kurieren. Gefallen steht gegen Gefallen, und nun wird sie sich revanchieren. Dann müssen wir auch noch zum Zahnarzt, die Zähne Floritas zu richten und etliche Löcher zu füllen, das wären ja schöne Geschichten, wenn wegen der häßlichen Beißer kein Partner den Arsch wollte rühren, der Sitte des Festes entsprechend Florita zum Tanze zu führen. Jedoch, für den Tanz zur Eröffnung, da hab ich schon was arrangiert. Sein Wort, das gab mir Taitiko, der an der Uni studiert. Der ist aus guter Familie, Examen schon fast absolviert, und gibt sie ein bisschen sich Mühe, ist bald zum Altar erbuxiert. Es fehlen uns leider die Kröten, Orchestermusik zu besorgen. So werden wir statt der Kapelle nen Plattenspieler uns borgen. Die Musiker, werden wir sagen, die konnten heut leider nicht kommen, die hätten vor wenigen Tagen nen Radiovertrag angenommen. Johann vom Kreuz? Johann vom Kreuz? Da liegt er da ganz ungestört, und schnarcht sogar, hat nix gehört. Und schnarchst du laut und lauter noch, das Festes wird gegeben. Sträubst du wie ein Titan dich noch, willst du dich gar erheben? Zwingt deine Frau dich bald ins Joch, und du musst dich ergeben. Und zum Geburtstag heißt es hoch, unsere Florita, sie soll leben.